willkommen zurück zu einer neuen folge batman the telltale series wir sind in folge 10 im polizeipräsidium und können hier nun ganz allein im raum mit dieser verdächtigen person einmal untersuchen was so los ist sie hat ein bisschen komisch reagiert vorhin hat einfach jemanden erschossen im nacken das sieht doch aus als hätte sie eine spritze bekommen oder irgendwas ist doch da kaputt ja das stimmt halten sie den gedanken fest ich bin es leid diese art von anrufen von dir zu bekommen gibt es noch mehr kannst du noch im körper hin und her nein nein okay gut dann nein machen wir mal frische injection site das sieht nicht wie blöden ihre schweine immer sehen sie hinter ihrer Haut Alfred denke ich habe die substanze gefunden analysieren und folgen mir das Ergebnis Das war ein Quick-Tab. Ich denke, was du erinnerst? Oh Gott, Falcone. Ich hoffe, dass es nicht real ist. Ich glaube, dass du ein Drogen warst, Sergeant. Ich... Das würde viel erklären. Hör, du musst mir glauben. Ich spreche viel über die Drogen wie Falcone. Aber ich würde niemals, 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 alles ist so... Foggy. Ich erinnere mich, ein starkes Schmerz. Es war ein Ejection Site auf deinem Nacken. Ich fühle mich einfach, wie ich konnte, was ich wollte. Keine Schuld. Keine Schuld. Es gab eine Sprache, in meinem Sprache, in meinem Sprache, wenn ich Falcone war. Und all ich brauch war, war, dass ich das zu stoppen. Ich musste. Keine Schuld. Keine Schuld. Keine Schuld. Die Gründe, warum ich nicht sollte. Es war ein Millionen Kilometer entfernt. Dich gesehen habe. Dich gesehen habe? Dich gesehen habe ein Handel? Dich gesehen habe? Ich... Ich glaube nicht. Du musst in irgendwelchen Detail vergessen. Ich ehre. Ich erinnere mich. Eine Hand auf meine Arm, guier mich. Wie eine Parente mit einem Kind. Die Gedächtung. Es war etwas über die Revolution. Koppelpot sagte etwas ähnlich. Entschuldigung, Lieutenant. Ich habe dich verletzt. Wir verletzten von Falcone. Aber sie werden zurück. Wie ist sie? Hat sie dir nichts gesagt? Ja, jetzt keine Angst. Wer hat sie als Weapon benutzt, Harvie. Sie haben sie verletzt und sie nach Falcone. Hey, holen Sie die Forensik. Jetzt! Sie hat eine Sprache gesagt, etwas über Revolution. Das ist nicht viel zu gehen. Wenn Sie die Forensik in bringen, gehen wir Bruce raus. Alfred, ich muss zurück in der Manor zurück. Ich muss auf jemanden, der hinter mir ist. Bruce! Was machst du hier? Meine Freunde in der G.C.P.D. erzählen über eine Art Lockdown? Entschuldigung, Vicky. Ich habe keine Zeit. Keine Entschuldigung. Wo haben die Starr-Schläge gebeten? Da wo Falcone wurde gebeten. Wissen Sie etwas über das? Ich meine, du hast da zurückgebracht, als es passiert. Nein, nicht so, Bruce. Geh mit mir. Geh mit mir. Entschuldigung. Ich versuche dich für diese Faltungen auf Falcone. Ich habe viel Geld für die Gazette für diese Geschichte. Was passiert hier, du kannst du nicht mit ihnen zusammenhängen. Ich versuche dich. Ich versuche dich. Ich kann deine Namen aus, was wir schicken, aber du musst mir etwas geben, was ich benutze. Ich weiß. Wer hat die Schreiber? Ein Schreiber? Ich kann mich wissen, wie du mich ausfügt, dass etwas passiert. Ich versuche mich etwas zu gehen. Ein Polisgänger. René Montoya. W-w-warte. Sergeant Montoya? W-warte. Du hast das nicht von mir bekommen. Opsi. Ich habe den Gutter. Ich habe den Dox gefunden. Mal sehen, was wir haben. Es ist ironisch, dass Falcone stirbt in der Hand von jemandem, mit seinen Chemikalien. Wer hätte das gedacht, wie er sein würde? Fröhlich in seinem Krankenhaus, verletzt von Polizisten, die ihn beschädigt haben. Verletzt in der Hand von Montoya? Das ist nicht Justiz. Wer hat das gemacht, war der Juden, und der Executioner. Keiner sollte als alle drei. Ich hoffe, dass er dir etwas gesagt hat, bevor er getötet hat. Was hast du von ihm gelernt? Praktisch Familie, sagte er. Familie? Ich habe keine Sonntagungen mit dem Mob. Es war nicht Falcone, der den Hüter hat. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Dein Vater, Hill und Falcone haben sich ausgewertet. Im Computer haben die zwei Komponenten festgelegt. Der Moment, dass die Komponenten mit den Basischen Chemikalien verletzten wurden, die Reaktion war... ...messlich. Wir waren aus Kontrolle. … Alex, hast du aber Gesicht gemerkt, oder Du hattest eine Chemie an der Schule? Nein, nein... Sieht nach Chemie aus irgendwie. Unsere Drohnen, ey. Oh Mann. Ich kann alles. Das macht mich fertig. Ein bisschen groß ist die Drohne. Ja. Na? Oh, weder eine Drohne, um nach Auswahls-Handysignal zu suchen. Ich sag, die letzte ist die richtige. Drücke A, wenn du einen Teil des Signals findest. Ich glaub, du musst hier noch fliegen jetzt. Oh, da fliegt er mit der Drohne durch die Gegend. Das sieht ja lustig aus. Du kannst auch da drüben zu der Fabrik noch hin, ne? Nach links. Oh. Alter. Ich glaube, hier ist Signal. Find her! Find her jetzt! Eine starkes Messie. Okay. Nächste Drohne. So. Der große Turm. Da wird noch mal schnell der Rest abgescannt. Eher nicht. Ja, ne, ist doch da hinten. Ja, gut, okay. Ja, hier sieht's ganz gut aus. Bring me her head! Der Untertitel sagt irgendwie ein bisschen mehr als das eigentliche Audio, ne? Ja. Also, wir haben hier links erfahren. Da hat irgendwer was gesprochen mit dem Pinguin. Ja. Irgendwas von einem Pinguin. Hier drüben wird wahrscheinlich nach Catwoman gesucht. Check. Eine Frau mit Krallen gesucht wird. Und dann probieren wir nochmal hier. Die große Halle unten in der Mitte. Oder rechts daneben. Das Containerzeug. Ja! Okay, da hat er überall Telefon... Das ist der Skyline Club! Soll ich jetzt machen? Oder nur A drücken? Ja, ich glaub die muss so aussehen. Ich hab schon versucht, mit Kopepot zu sprechen. Es ist Zeit, dass er den Batman kennenzulernen hat. Es ist Zeit, dass er den Batman kennenzulernen hat. Der große Schatz im Land. Hallo, Oswald! Ah, das sieht cool aus mit dem Lieder. Ja. Oh, komm mal, komm mal. Ich weiß, dass es noch mehr gibt. Ein Mann hat wahrscheinlich Millionen in seinem Sohn. Wenn Falcone findest, dass ich dir helfe. Er will mich töten. Du musst nicht machen, dass ich nichts tun werde. Immer wieder. Wer ist denn das Biest da hinter ihm? Alter! Der ist aber kein normaler Schläger. Ich glaub mal jemanden Bescheid sagen könnte, dass jetzt Quicktime-Events kommen. Oh, da kommen jetzt Quicktime-Events. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du kannst mir helfen. Lass ihn gehen. Batman! Es ist Zeit! Das ist Zeit. Du hast einen Krieg gemacht, Boss. Du wirst ein Wort von Gottam aus dem Nr. 1 Vigilante. Aber keine Angst. Ich gebe dir deine Gratitudine an zu denjenigen, die es passiert. Sie werden glücklich sein, dass du so großartig denken, dass sie ihre Arbeit denken. Ich habe gesagt, lass ihn gehen. Du hörst das, Roland? Das klingt wie eine Ordnung. Ich will ihn. Jetzt, jetzt. Ich habe ein wenig Respekt für den Batman. Ich denke, dass er dich unterstimmt. Das ist es. Ist das über Falcone? Wir haben alle gesehen, wie du fühlst über Falcone. Er hat ihn in eine Pumpe auf live-TV. Wenn du wirklich der Defender der Stadt warst, dann hätte du selbst gewonnen. Das ist nicht an der Fall angekommen, dass wir mit ihren Menschen mehr sterben sind. Aber das ist ein Problem. Wir haben keine Angst zu müssen. Ich bin sicher. Ich weiß das, was die Menschen zu glauben. Das ist ein Dünnig. Du bist nicht überwarten, was erleichter und weisser. Das ist keine Herrschaft. Aber das ist ein Problem für an sohn. Wie das ist gut an Geist. Ich werde das hier nicht durchführen. nicht den resten der Rot, wie Wayne und Hill. Normalerweise könnte man sich nicht so schlafen. Was ist es mit diesem Ort, der kriminell ist, wie du? Was hat Bruce Wayne damit zu tun? Pretty Boy hat sich einen grossen Bank account, dank an seine Eltern. Ein Problem ist, dass sie das Geld von Menschen, die nicht zurückkehren können. Hier ist ein Problem, dass ich dich in Wahrheit liebe, Batman. Wir beide wollen die gleichen Dinge. Ich und meine Leute haben große Pläne für Gotham. Sie haben eine Katwoman gefunden. Was willst du mit ihr? Wir hatten ein Problem, aber sie hat es nicht gut gemacht. So, sorry, dass das nicht funktioniert, mein Mann. Ich würde mich zu sehen. Ich würde. Aber ich habe trotzdem eine Katwoman Probleme zu tun. Oh, was ist ihr Name wieder? Selina. Ja, ein schönes Name. Wir füllen uns jetzt noch mit Roland. Oh. Okay, ich habe mich B gedrückt. Sorry Jungs. Alter. Hat ich so gemeint? Das ging flott. Der Typ, bei dem muss man vorsichtig sein. Hast du die Zeit im Blick? Ist gerade Folgenpause oder? Ja, wir können auch eine Folgenpause machen. Dann sehen wir in der nächsten Folge, wie du das regelst. Okay, dann regle ich die Geschichte mit unserem lieben Roland. Ei, 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 ei. Oh Gott, oh Gott. Ja, kein Problem. Mach ich. Dann in der nächsten Folge geht es hier rund. Bis dahin. Bis dann. Tschau. Tschüss.